ARD Text im Auftrag von Funk Abschießen! Nein! Nicht die... Ich krieg mir die Waffe Ja, ich hab' nicht nur für den anderen Schaden Nee, das fängt gut an! So, genug für Flammenwerber Auf... ...drucken wir nicht Dann kann mal einer... ...schock da jetzt sein ...kirchen wir schon zur Verfahrt sind zu kommen, ey Oh, da liegt was ...drucken wir in der Flammenwerber ...drucken wir in der Flammenwerber ... kat pressing Die Audacityacak ... nüsst nicht Ach, ich hab' nicht Alter! Alter, ich hab nachgeladen! Die fängt hier gut an. Links ist es so gut, aber... Ich muss gleich mal ziehen, wenn ich hier spiele. Warte, wenn ich mal warte... Was ist mit der Straße? Ja, also... Also, der kommt zu der Straße. Warte ich schon mal? Da waren die Toiletten... 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 Und da war zu sein... Da waren die Toiletten... Wack die Hand! Weeeey, weeeey! Weeeey... Oh... Hey, das ist gut gemacht... Hahahaha Nein die Hand Alter was ist ja los Tschüss AHHHHH Alter Scheiße Alter Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Die Hand wieder bewegt Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Die Hand wird nicht so Los Pikachu Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Alter das war anstrengend grad man Wir kommen zurück heute bei Darkwise Ja eine andere Folge Was? Ja Jaaaaaa Nee Guck mal wie ich nicht Ah, Hammer! Schau. Schau. Oh, c'est un truc. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich habe die Korte. Was ist denn? Ich habe die Mälte gekocht. Ähm? Zero-G-Basketball! Nice! Wer ist denn der erste? Zero-G-Basketball. Alter, alles zu, oder? Ich glaube, es gibt irgendwo einen Brustfall. Wir haben keinen Plan möglich. Ich brauche nicht so Geld... Ne, da was kann ich da anzukauf hast. Steht du mit Cristonek? Namen hier auch! Mann! Zero-G-Basket C'me�-Basketball! e warum und gekettet und stoppen die nächste ob die Klammer und Entritt Schwerelosigkeit Ja, jetzt zocken wir erstmal nur runter Sperr mich, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch Wo steht's denn? Ich muss schwere machen, wie mit G, SDR, G und SDR, G und dann mach doch Ja! Ja! Ich hab heute Plasma in der G, krieg endlich mal wieder Plasma in der G! Spiel wird gestartet, Level 1 Spannende Musik 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 Ja, da ist er. Oh, der ist, oh der ist. Ich werde den Himmel wieder gehen. Das ist ein Tügel, der Flügel. So viel Zeit habe ich doch So viel Zeit habe ich doch So viel Zeit habe ich aber Ein Herzen Oh scheiße. Geht bald. Level 2. Was? Und Alter! Spinn ist so leer! Belohnungschrank freigeschaltet. Ah! Glückwunsch! Ist gut Ist gut, ich will weitermachen Wir haben noch einiges vor uns mit Cheat Wir haben noch einiges vor uns mit Cheat Wir haben noch ein paar Schränke Ja Die Cheat ist Ich habe vorgekommen Spiegel Spiegel K erscheinen Halt Schmink Blase L-O-D Eeeh Ein Ende Was ist das denn? Das ist ein Teil der Er hat sackt Er hat Nokia Nokia hat sackt Zerstören Nee, andere hat Nokia Ich freue mich, wird vielleicht noch ein bisschen länger gehen Der hier ist Auf Ich mache jetzt eine Folge ein Ich mache jetzt eine Folge ein Also bei Nokia nicht, oder? Jetzt Ich bin kranker aus Auf jeden Fall, wenn ich das eine leise, dann gehen wir wieder ein Na was? Das war eine gute Ja, gut, dann mache ich die nächste einfach länger Tschüss 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 Tschüss